Ich kaufe mir jetzt noch Samen. Habe ich Bock drauf. Nehmt es einfach hin. Ich habe auch keine Wahl. Ich muss das auch hinnehmen. Was denn? Nee, ist alles super. Was hast du denn für ein Problem? Ich habe kein Problem. Guck mal. Ist alles gut. Bist du schon mal einer. Oh mein Gott. So. Ich habe irgendwie so ein paar Lücken hier in den Steinwegen gelassen. Muss ich mal irgendwann nachbessern. Na mach nicht so laut. Sie finden mich sonst. Gut. Deine Mutter ist reif. Ja, ist so. Und wir merken noch, dass es wirklich aus der Psychiatrie entflohen. Ich sag nischt. So, der Laden macht um neun auf. Weiß ich gerade nicht mehr. Kann sein. Kann sein. Äh, da haben wir eine Quest hängen. I need a seaweed for a steel I'm making. Could someone bring me one, Pierre? Ja, das kann ich dir gleich sogar tatsächlich holen. Weißt du was, komm, das hole ich eben. Seaweed habe ich doch einiges da. Moment, wie viele wollte der? Ähm, 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 ähm. Wo ist denn was, was das? Warte, brauche ich auch noch einen abgeben. Boah, 60 Gold. Da wäre ich ja reich von... Not. Wow. Na gut. So, ich guck mal. Müsste ich noch haben. Stimmt, du bist ja Stalker. Du sollst nichts zu dem Thema sagen. Was? Was? Was habe ich denn jetzt schon wieder getan? Grüne Algen, Seaweed. Hä? Habe ich gar kein Seaweed? Grüne Algen habe ich. Oh, cool. Dann habe ich gar kein Seaweed. Ich habe nichts gesagt. Na gut. So, wie ist das denn jetzt eigentlich? Also die ganz billigen Sprinkler, weiß ich ja schon, ist ja irgendwie nur so, so ein Feld jeweils, ne? Nach oben, unten, links, rechts, äh, machen die. Was war mit den anderen jetzt? Die sind geil schon? Oder nicht geil? Hören wir doch nicht aus. Hm. Hey, Marni, willst du Weizen? Cool, da freut sie sich. So, was, was kaufen wir denn mal eben noch? Lass mich mal gucken hier. Melon Seeds, wir haben den 15. Reicht das noch? Das reicht noch, oder? Dann sind die fertig am 28. Da gerade im Monat, korrekt. Dann sind die fertig am 27. Dann können wir da mal noch ein Feld mit anlegen. Ja, doch, so. Dann packen wir die direkt mal dahin, würde ich sagen. Schauen wir mal. Habe ich ja bis so was zu tun hier noch? Das wird echt ein fröhliches Gehirn. Ja. Jetzt wird hier mal in den Zustand diskutiert. Was ist denn los mit euch? So, gucken wir mal. Wo kann ich hier noch welche hinpacken? Haben wir jetzt zu viel gekauft? Na, ist doch egal. Die kriege ich schon irgendwie eingepflanzt hier. Da mache ich mir jetzt nicht so einen Kopf. So, machen wir das so. Drei Stück haben wir noch. Komm, egal. Klatsch mir die da hin. Hm, ich würde gerne einmal das da umgraben. Nein, das würde ich umgraben. Hallo. Mann, manchmal zickt das schon so ein bisschen das Spiel, ne? Und hepp. Aber ich mag die bessere Gießkanne. Die ist echt so praktisch. Also geht schon gut auf die, ups, gut auf die Energie, aber, äh, ja, ich habe irgendwie leicht daneben gezielt. Das passiert halt schon manchmal, aber, aber die ist insgesamt, äh, ja, sowas kommt mir bekannt vor. Aber insgesamt geht es eigentlich, muss ich sagen. Aber ich kann diesen Sprinkel-Moppet nicht, äh, nicht, äh, bauen, glaube ich. Achso, übrigens. Ich kann den kleinen auch nicht bauen. Übrigens, Moment, Moment. Äh, lass mich mal gucken. Hier steht, Water's the 8th and the, 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 every morning. Oh, nee, kann ich eh nicht machen. Okay. Weil, dass ich eine Iron Bar brauche, okay. Gold Bar, die kriege ich auch noch hin, aber Refined Quartz. Wie mache ich denn das? Kann ich das denn in den Ofen schmeißen, den Quartz? Haha. Sehr schön. Ich kommentiere das mal nicht im Chat gerade. Dein Chat ist wundervoll. Ist jetzt mal eine spannende Frage. Kann ich, kann ich Quartz auch in den Ofen schmeißen? Geht das? Versuch's doch. Ich guck mal gerade. Ich meine, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich wollte eigentlich jetzt hauptsächlich zum Museum, sonst habe ich für diesen Tag hier keinen großen Plan. War das die richtige Truhe? Guck mal, da habe ich auch Quartz. Gib mal das und das und das. Quartz geht? Echt? Jo, jo, jo. Wow. Okay, cool. Moment, jetzt kommt was Spannendes. Das hätte ich niemals ausprobiert. Nie, glaube ich. Weißt du was? Wir ziehen dann jetzt auch mal das durch, was... Nein, da ist falsch, die hier richtig. Ja, okay, so. Wir machen dann erstmal wirklich die eine Sache. Uch, ja tatsächlich. Kann ich Truhen abbauen, verschieben? Wenn ich die jetzt... Kann ich die jetzt kaputt machen und kriege ich dann die Sachen raus? Uh, I don't know. Fallen die dann alle raus oder kann ich die danach umstellen? Ich würde ganz gerne den Ofen umstellen. Die würde ich gerne in zweiter Linie dahinter packen. Geht das? Ich bin böde. Mal eben so die Frage, in die Runde, kann ich das machen? Einfach, um das hier so ein bisschen sortiert stehen zu haben. Also ob das so ist, wie bei Minecraft? Ja, eben. Ganz simpel gesagt, kann ich das abbauen und dann da wieder hinstellen? Oder mache ich damit alles kaputt? Geht das halt? Das ist die spannende Frage. Ich weiß nicht, wie lange schmilzt, der Mist. Na, tag gleich um. Ich geh einfach, egal. Schmilzt du mal. Ob das Hausfackel nie hat. Ich habe keine Ahnung, aber ja, kannst du Red, okay. Dann probiere ich das mal mit der Spitzhacke. Oh ja, gut, einmal draufhauen, Bäm, habe ich es in der Hand. Okay, cool. Keine Angst, wenn du Quarz in den Ofen tust. Ich glaube, das soll so ableuchten und rumwärmen. Ja, ja. Das gibt es im ersten Moment echt creepy. Ja, ja, das habe ich auch schon gemerkt. So, Eisenerzmame gleich. Oh, ich muss die neue Marmalada machen. Marmalada? Hat nun hier alles machen muss. So, ja, es dauert echt lange. Ich bin so voll der Autistenfarmer. Ich hänge den ganzen Tag nur auf meiner Farm rum und äumel da vor mich hin. Dann hacke ich hier ein bisschen was ab, dann mache ich wieder ein paar Wegplatten und dann ist der Tag schon zu Ende. Hm. Ja, das ist schon richtig. Ja, das glaube ich gerne, wie sie... Irgendwann vielleicht mal, aber da brauche ich noch nicht so dringend. Aber zumindest das macht gerade Sinn. Aber ich glaube, wenn ich jetzt gleich in die nächste Fuhre reinschmeiße, gehe ich in der Zeit eben kurz mal Museum rum. Das dauert ja eh mal ein bisschen hier, die Sachen. Ich bin gespannt, wie lange das Gold gleich dauert. Das wird spannend. Also wenn das Eisen schon so lange dauert, ne, mal gucken, wie lange das mit dem, äh, Gold gleich dauern wird. Oh, ups, das wollte ich nicht. Ah, ich muss kurz trinken. Hm, hm, hm. Die ist ja nicht so leicht hier. So, einmal dies, einmal das. Äh. Ach so, ach, da habe ich nicht genug für. Na gut. Na gut, dann machen wir halt Eisenerz rein. Stimmt, Gold brauche ich noch zwei. Mist. Kann auch kein Golddings machen. Oh, why? Ähm... Ich glaube, ich schaue dann einfach, was es kostet. Dann schau mal, vielleicht kaufe ich dann einfach welches. Alles verkaufe. Gib mir Money, Bitch. Ist mir, ist mir dann gleich mal egal. Ich meine, ich habe fast 5000 Gold gerade. Ich glaube, ein bisschen was kann ich mir leisten. Ich guck mal. Muss ich ein bisschen spüren. Der macht da, glaube ich, um vier wieder zu, ne? Sonst bin ich gleich zu spät. Schmeißen die dann eigentlich aus dem Laden raus, wenn man im Laden drin ist, wenn die Uhrzeit sich dann ändert? Weiß ich gar nicht. Liebe Kunden, wir schließen bald. Mhm. Genau sowas. Bitte bringen Sie in den Einkaufsland, denn wir wollen Feierabend machen. So. Processed Geodes. Okay, ja. Einmal das. Sonst werden wir uns mit... Was ist das? Mit den Laser-Augen werden wir euch töten. Ähm, schon wieder was Neues. Hermatid. Okay. Das ist Clay, richtig. Ja. Okay. Und du bist was Pyrite. Okay. Okay. Schon wieder was Neues. Bist du schon wieder in der Mine? Ne, ne. Ich hab ja noch diese Frozen Geodes hier gerade. Die lass ich gerade mal aufkloppen. Schön. Ach so. Du lässt also deine Geoden untersuchen, ha? Ja. So, Shop. Zeig mal. Mhm. Gold Ore. 400. Weißt du was? Scheiß drauf. Kauf ich mir jetzt zwei Stück. Dann hab ich die fünf zusammen, dann kann ich halt einen Barren herstellen. Dann hab ich wenigstens einen Sprinkler halt, weißt du? Mach ich jetzt mal einfach. Ähm. Alter. Aua. Ja, wir bräuern auch gar nicht. Bei dem für die großen Steine ist die Pickaxe immer noch nicht strong genug. Immer noch nicht? Okay. Ja, hätte ja sein können, weil der Axt klappt's ja halt, ne? Deswegen. Ja, aber da gibt's ja auch zwei verschiedene Größen. Da gibt's ja einmal die Stümpfe und einmal diese runden, also diese ausgehöhlten, die da noch rumliegen. Weißt du? Und die Stümpfe kannst du mit der Kupferachs machen, die ausgehöhlten. Nein, aber nicht. Hm, so langsam wird's voll hier. Pack ich das hier noch irgendwo mit rein? Ach, ist egal. Komm, du musst da hin. Solche Spiele verleiten einen immer zum Messi-Dasein, ey. Oh ja. Man will nicht alles wegtun. Vielleicht braucht man das irgendwann. Ah, das ist ja toll. Ah, ist das toll. Das darf ich dir jetzt gar nicht sagen, was ich hier, äh, was ich jetzt hier gerade bekomme als Reward im Museum. Das ist ja geil. Sag es jetzt. Ich hab einen gewaltigen Plüsch-Teddybären. Oh Gott, ist der toll. Den stellen wir auf jeden Fall in die Bude. Den stell ich mir auf jeden Fall in die Bude. Voll gut. So, auf nach Hause. Und dann basten wir mal einen Sprinkler. Und die Blümchen nehmen wir noch mit. Aber ich weiß, komm her. Komm her, Omi. Schenk dir Blümchen. Hallo. Oh mein, looks wonderful. That's very kind of you. Ja, so bin ich. So, muss weiter. Hab zu tun. Schleimer. Schön. Was? Hab doch schon mal gesagt. Die Omi ist so meine, meine zweite Option, wenn das mit Sebastian nichts wird. Oma Boy, ich verstehe. Hm. Oh Gott, ich hab einen gewaltigen Teddy. Ist so toll. So, Erz, Erz und nochmal Erz, beziehungsweise Barren, meine ich natürlich. So, das und das und das. Ach komm, eigentlich kann ich ja nochmal alles reinhauen. Einmal. Zweimal und einmal das. So, richten wir mal die Bude ein. La 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 la. Dann fließt. Nee, ich wollte es wegnehmen. Kann ich das nicht... Wie hebe ich denn nochmal Sachen auf? Ach so, ich hau drauf. Im eigenen Haus. Macht Sinn. Ach, das kann ich so wegnehmen. Na gut. Muss ja nicht immer alles Sinn machen. Ich hab einen gewaltigen Teddybär. Das ist so toll. Ja, komm, jetzt hinter das Bett hier. So viel schöner da. Oh Gott, sieht der toll aus. Der ist so riesig und fluffig. Cool. Oh, schön. Ja, nee, das find ich grad super. So, komm, dich stell mir jetzt da hin. Du kommst da hin. Tada. Meine Bude ist echt voll. Ich brauch ein größeres Haus. Was kostet das? Zu viel. Ja, ich fürchte, es wird darauf hinauslaufen, dass ich bald sehr arm werden werde. Ja, ja. So, dann warten wir mal eben auf die Öfen. Es bleibt spannend. Immer sehr schön. Flauscheib, ja. Der sieht echt toll aus. Ich mag den. So, was haben wir da? Das haben wir. Das haben wir auch. Die packe ich gleich weg. Die kann ich gleich wegpacken. Die kann ich gleich auch wegpacken. Mann, 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 Mann. Wie lange die Sachen brauchen hier. Ich will einen flinken Sprinkler machen hier. Was ist denn hier, wo es hier ist? Ja. Ja, das ist ganz kurz, wo das ein Flausche-Stream. Ja, genau. Okay, ja, das Gold dauert echt lange, fürchte ich. Was kann man? Hauen wir in der Zeit doch schon mal nochmal andere Ärzte rein. Freue ich doch eh ständig. Hm. Hm. Tja. Einfach mal warten. Ist die Nuddles noch da? Du bist gerade so verdächtig still. Nein, keine Nuddles mehr da. Oh, ich muss mal kurz gucken. Nicht, dass sie wieder rausgeflogen ist. Ähm, oh, sie ist tatsächlich gerade rausgeflogen. Okay, cool. Ich bin gerade mal kurz alleine. Das muss ich da mal ein bisschen beobachten, wann die gleich wieder da ist, damit ich sie gleich wieder die Talk-Power geben kann. Sonst ist nichts hier mehr mit Dual-Streaming. Mann, 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 wie lange das dauert. Hallo. Werd doch mal fertig. Würd gern Sprinkler bauen. Das wär schon schön, wenn ich das noch machen dürfte. Hm, ja. Außer warten bleibt mir gerade nichts. So ist das halt. Gerade nicht, dass sie mir irgendwo schreibt. Nein. Es wird ein Momentchen dauern. Hoffentlich kommt die gleich wieder. Nicht, dass ihre ganze Technik abgeschmiert ist. Aber ich glaube, im, äh, Chat müsste sie noch da sein. Zumindest sehe ich sie noch in der Viewer-Liste auch. Die ist ja im Chat. Oder schaut zumindest rein, damit sie da... Nee, mitkriegt, wenn ihr so schreibt. Ah, die wird schon gleich wieder da sein. Hoffe ich zumindest mal... Alter, wie lange braucht denn das Gold-Erz? Das ist ja pervers. Da kannst du ja hier Tage davor sitzen. Da, schon wieder Eisen fertig. Gold immer noch nicht. Wahnsinn. Okay, schmeißen wir das nochmal rein. Lass Sutton-Liebe da den Host-Namen nicht auflösen. Oh nein. Einfach mal Team-Speak neu starten vielleicht. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Ja, hoffen wir mal, dass es gleich klappt bei ihr. Ich wurschle einfach so lange ein bisschen rum. Das bringt nichts. Hm, das ist natürlich doof jetzt. Das ist natürlich sehr doof. Ich hätte gerne, dass das fertig wird. Ah, Halleluja. Endlich. So, darf ich jetzt basteln? Quality-Sprinkler. Water's the 8, it just starts every morning. Okay, cool. Hm. So, ich mach das mal eben schnell hier. Wo tue ich den denn mal hin? Hm. Hm. Okay. So, das ist einmal da. Und da hätte ich jetzt gerne einen Sprinkler. Okay, der macht jetzt coole Sachen. Wenn ich den da hinpacke, ist das cool. Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal. Ähm, ich würde ganz gerne mal eben noch ein, zwei andere Sachen kurz bauen. Ähm, wo haben wir die denn? Was brauche ich da für Stonewood Fiber? Okay. Stonewood... So viel Wood hatte ich, glaube ich, gar nicht mehr. Hm. Ich guck mal kurz. Stonewood Fiber. Schauen wir mal eben. Ein, zwei davon würde ich gerne machen noch auf die Schnelle. Hm. Wo haben wir es? Einmal. Und zweimal. So, ich mach das mal dahin. Dahin. Und eigentlich möchte ich dem mal eben auch noch einen höher setzen. So. Guck mal, da haben wir hier mal ein bisschen Licht. Ja, das reicht doch mit dem Licht hier vorne, oder? Hm. Weißt du, was kommt denn? Ja, setzen wir noch einen links rüber. Wir brauchen das gar nicht hier so direkt. Wollen wir das da hin? Äh, da hin? Ja, das reicht doch locker. Ist doch super. Ne, gut. Dann lasse ich das so stehen. Kann ich, wenn dann eher hier was hinpacken oder sowas ein bisschen versetzt halt. So, die Nuddles ist kaputt. Na gut. Ja, ich überlege jetzt gerade, ob wir dann ganz kurz hier nochmal einen kleinen Break einlegen. Dann versuche ich das mit der Nuddles eben technisch zu klären, wie wir das hinkriegen. Das wäre eine Idee wert, weil ohne Nuddles ist das ein bisschen doof. Ansonsten, ja, sonst hören wir da mit Stardew Valley gleich erstmal auf, würde ich sagen. Ist ja ein bisschen doof so. Das heißt ja schließlich Stardew Valley mit der Nuddles. Unser Farming Friday, wenn jetzt die Nuddles nicht am Start sein kann, wäre es ein bisschen blöd. Wir gucken mal einfach. Ich bin mal dann eben, ja, stelle mich zwar schon mal brav in die Hüte sozusagen. Aber, ich speichere das kurz. Uh. Dafür, dass es nur vier Stück waren, ist das aber ordentlich Geld. Cool. Finde ich super. So, kurz gespeichert. Komm mal her. Komm mal lecker bei mir bei. Okay, sehr schön. So, ich lasse das kurz pausiert. Ähm, ja. Dann mache ich euch mal eben ganz kurz nochmal einen kleinen Moment Musik an. Und ich gucke mal, dass ich das eben mit der Nuddles technisch kläre, dass wir das irgendwie hinkriegen. Machen wir mal kurz das Spiel leise. Ja, wie gesagt, ich bin eben ganz kurz abwesend. Ich gucke mal, ob ich das mit der Nuddles technisch gelöst kriege. Und dann, ja, sag ich mal einfach, sehen wir uns gleich nochmal. Ne? Also, bis gleich. So, Hallöchen. Da bin ich schon wieder. Ganz kleine kurze Unterbrechung nur. Dann schaue ich schon mal. Die Nuddles sollte mich wieder hören. Hallo. Hallo. Sehr schön. So, wir sind jetzt kurz auf einem anderen T-S eben einfach kurz ausgewichen. Keine Ahnung, warum sie nicht auf meinen regulären T-S gerade kommt. Ja, kommt halt vor, ne? Technik. Dinge passieren. So ist das halt. So, ich schalte mal direkt um. Wir wollten eigentlich ja eh gar nicht mehr so lange machen, ne? So bis halb oder sowas war der Plan. Ja, also noch ein Tagchen, Tagleine, einmal noch. Ja, ein, zwei Tage sozusagen machen wir noch. Gucken wir mal. Je nachdem, wie es von der Zeit her passt, würde ich sagen, ne? Ein, zwei Tage sind noch drin. So, ich hab schon mal umgeschaltet. Du hattest jetzt auch den 16. Ja. Auch am Start, alles klar. Das war eh schon abends, als es hier abkackte. Ja. Also war okay. Ne, gut. Ja, dann starten wir mal fröhlich rein, würde ich sagen. Lass mich mal schauen. Ach, sehr schön. Da hab ich eine Menge Erz. Äh, beziehungsweise Eisenbarren noch fertig gemacht über Nacht. So, das kann ich mal einmal das wegräumen. Das kommt da rein und das kommt da rein. Die Sachen kommen hier rein. Einmal sortieren, danke. Ach komm, kannst du auch einmal sortieren. So, dieser Springter sollte jetzt von alleine was machen? Ja. Ist das so? Wenn es an der Zeit ist, tut er dies. Wann ist es denn an der Zeit? Das weiß er selbst. Ach so. Der ist ganz selbstständig. Oh, da kommen wir eine Menge Bären hier raus. Ich glaub, die Blueberries, genau. Die sind voll krass. Wow. Das sind eine Menge. 42, cool. Ja. Sehr cool. So, die Gießkanne brauche ich aber trotzdem dann noch, weil ich weiß jetzt auch nicht, was der alles so gießt. Hier hinten wird er auf jeden Fall nichts gießen. Das steht fest. Huch. Erst mal mein Schwert aufs Gemüse draufkloppen. Sehr schön. Ich mach das ja immer mit einer Machete, weißt du. Ich schneide ja immer meine Gurken und Tomaten und so. Ist viel effizienter. Aber Machete twittert nicht. Ja, richtig. Wow. Das von dir, der du nicht so der Filmjunkie bist, das ist ja schon respektabel jetzt also. Ja, aber das kam im Fernsehen in der Vorschau. Ach so, okay. Gut. So, was haben wir denn da? Ah, eine Starfruit hab ich. Cool. Cool. 125 Energy und 50 Health bringt die. Nice. Health. Sehr, sehr nice. Na, da ist falsch gegossen. Guck mal, ja, da muss ich gießen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie nah ich hier ran muss. Ich gieß mal hier noch ein Stückchen. Wann geht denn der Sprinkler an? Boah, ich weiß es nicht. Frag ich ihn. Sagst du, ja, Sprinkler, wann gehst du? Weil jetzt ist noch nichts gegossen. Weiß das einer? Kann mir das einer mal zufällig sagen, wann der anspringt halt? Irgendwann sollte er anspringen. Kann er schon machen. Hm. Ja, sonst muss ich noch abends hier nochmal eine kleine Runde nachgießen. Vielleicht ist es ja wie so, wie die Geschäfte. Der arbeitet auch erst ab 9 oder 10. Ja, ein bisschen Arbeit mach ich mir jetzt tatsächlich hier. Morgens, okay. Aber genau Uhrzeit oder sowas weiß jetzt keiner. Nein. Also ein bisschen gieße ich jetzt mal hier. So, ich lasse die rechten Felder, dass ich jetzt mal frei. Dann sehe ich nämlich so ein bisschen auch vom Radius her, was der mir an Arbeit tatsächlich abnimmt. Das weiß ich ja noch nicht. Na gut. So, ich fülle die Gießkanne schon mal auf. Ich finde es super dran, dass ich hier so eine Starfruit habe. Das ist toll. So, äh, Gießkanne. Einmal wegpacken erst mal. Ähm, achso, Moment. Ich kann mal eben die paar Wege rausnehmen, dann bessere ich da mal ein paar... Position ist nicht die beste. Achtfelder drumherum, okay. Okay.